hallo leute und willkommen zu meinen eine zweite ankündigung auf diesem kanal ich wollte halt nur sagen dass um 17.10 ein livestream über arg kommt also über arg und ja damit halt bescheid wirst sage ich jetzt weil ja wenn man halt nicht weiß wann ein livestream kommt ist es halt ein bisschen doof würde ich sagen und ja wenn ihr zeit zeit habt dann guckt ihn bitte weil es ist halt schwer halt auch zuschauer wenn ihr also wenn man halt so ein kleiner youtuber ist wie ich und ja das wird mich halt sehr freuen danke wenn ihr das tut und ja dann bis in zehn minuten ja